Yes Sir, und damit muss ich mich erstmal kurz groß machen, dass es auf dem YouTube-Video auch clean aussieht. So, guten Tag, hier bin ich, hallo, ein herzliches Willkommen zum heutigen Call. Ja, heutiges Thema ist das Thema Netzwerken, nicht Networken, sondern Netzwerken, das ist ein großer Unterschied. Das Thema Prospekten, was dann das tatsächliche Networken ist und ein bisschen das Thema Rhetorik. Ich muss nur kurz eine Sache sicherstellen und zwar, dass ich meine Notizen so ein bisschen neben dran habe, dass ich hier auf jeden Fall nichts vergesse, was ich euch heute gerne mitgeben möchte. Freunde, droppt gerne mal einen einzelnen Chat, wenn ihr so weit bis jetzt eine schöne Woche hattet, wenn ihr eine produktive Woche hattet und wenn es euch natürlich so weitestgehend erstmal gut geht, Freunde. Okay, Gesundheit ist mit das Wichtigste oder ist das Wichtigste Gut, das wir haben. Deswegen, ich hoffe jedem Einzelnen von euch da draußen geht es gut, ich hoffe eurer Familie geht es gut. Und ja, und ich hoffe ihr seid produktiv, ihr gebt wirklich Gas, weil am Ende des Tages, Freunde, wir schreiben den 31. Januar und es ist 31 Tage her, seit wir in dieses Jahr reingestartet sind. Und ich weiß nicht, wenn ihr mich fragt, Freunde, diese 31 Tage, die kamen mir vor wie kurz YouTube-Werbung fünf Sekunden überskippt und dann war der Januar auch schon vorbei. Das war wie so, Januar war so YouTube-Werbung und du hast auf Überspringen gedrückt und auf einmal war der Monat rum. So, versteht ihr, was ich meine? Deswegen, ja, die Zeit rennt. Ich sage es gerade in letzter Zeit immer und immer und immer wieder, weil ich euch einfach klar machen möchte, dass die Zeit nur dann dein Freund ist, wenn du sie effektiv und produktiv nutzt, Freunde. Einer von zwölf Monaten ist schon vorbei. Okay, und das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe auch vor zwei, drei Tagen einen längeren Text in die Gruppe geschickt, wo ich zu euch gesagt habe, hey, jetzt ist der perfekte Moment, mal den Januar zu reflektieren, sich zu schauen, sich mal zu überlegen, was lief gut, was lief nicht gut, sich einen Überblick über die eigenen Zahlen zu verschaffen. Okay, egal in welchem Bereich, deine Zahlen im Trading, deine Zahlen im Business, deine Zahlen im Network, deine Lottozahlen, nein, Spaß, aber ihr versteht, was ich meine? Sich einen Überblick über die Zahlen zu verschaffen und vor allem sich klar zu machen und da wirklich auch komplett ehrlich zu einem selbst zu sein, wie sehr bin ich meinem Ziel bis jetzt näher gekommen. Okay, weil ich meine, du hast ja dein Jahresziel hoffentlich runtergebrochen auf den Monat, hast du dein Monatsziel für den Monat Januar erreicht. Und so schneller und umso früher du dein Business wie auch ein klassisches Unternehmen siehst, weil ein klassisches Unternehmen macht genau das, es prüft die Zahlen, es überprüft, wie sehr liegt man im Schnitt, wie sehr liegt man, ja, wie sehr liegt man in der richtigen Richtung und checkt genau diese Zahlen ab und tut dann vor allem auch eben, ja, verändern, wenn Veränderung notwendig ist und genau das solltet ihr in eurem eigenen Business auch tun, weil das Schlimmste, was ihr jetzt tun könnt, ist, einen Gang rauszunehmen oder zu sagen, hey, es läuft nicht so oder dies, das. Was, wenn du einen guten Monat hast, dann ist jetzt oder einen guten Monat hattest, dann ist jetzt der richtige Moment, einfach weiter auf dem Gaspedal drauf zu bleiben und weiter Vollgas zu geben. Freunde, weil ich sage euch, wie es ist, aus einem guten Tag kann ein zweiter guter Tag werden, ein dritter, ein vierter, dann hast du eine gute Woche. Aus einer guten Woche werden zwei gute Wochen, werden drei gute Wochen, werden vier gute Wochen. Hast du vier gute Wochen, hast du schon einen guten Monat. Vielleicht war das schon genau dieser Januar. Wenn du einen guten Monat hast, zwei, drei, vier, wenn du zwölf gute Monate hattest, hattest du ein gutes Jahr und ich verspreche dir, wenn du wirklich ein gutes Jahr hattest, dann wirst du am Ende des Jahres an einem deutlich, deutlich anderen Punkt stehen, wie wo du vor 31 Tagen begonnen hast. Das heißt, das vielleicht als kurzes Vorwort. Freunde, wir haben keine Zeit, Ladies and Gentlemen, okay? Wir haben keine Zeit, wir müssen Gas geben, der Januar ist schon vorbei. Unsere Ziele kommen nicht näher, wenn wir nicht einen Schritt auf sie zumachen. Deswegen, das als kleines Vorwort ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber lasst uns jetzt wirklich zum heutigen Thema kommen. Ich möchte ein bisschen über das Thema Netzwerken sprechen. Und da möchte ich vor allem auch einfach so ein bisschen auf das Thema eingehen, was eigentlich jedem angehenden Networker vor allem am Anfang wahnsinnig schwerfällt. Weil am Anfang will man gefühlt immer die Katze im Sack kaufen und ja, am liebsten schon den Deal abschließen, bevor man überhaupt gefragt hat, wie die andere Person mit Vornamen heißt. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, das Schlimmste, was du eigentlich tun kannst in diesem Business ist, viel zu voreilig zu sein. Sondern mach es einfach folgendermaßen. Geh gar nicht mit der Intention in Gespräche, dass du die Person jetzt auf dein Business oder auf deinen Vertrieb oder was auch immer du machst, also auch für die Leute, die sich auf YouTube anschauen, kann auch sein, dass ihr in einem anderen Bereich unterwegs seid. Egal auf welchem Bereich du gerade bist, geh niemals mit der Intention an die Sache ran, dass du in dieses Gespräch nur reingehst, um zu closen. Weil wisst ihr, was das Ding ist? Ihr könnt so viel reden, wie ihr wollt. Ihr könnt so viel von eurem Business erzählen, wie ihr wollt. Es gibt eine goldene Regel. Und diese goldene Regel empfehle ich dir jetzt wirklich mitzuschreiben. Und die lautet folgendermaßen, Menschen interessiert nicht, was du sagst, bevor sie nicht merken, dass du dich für sie interessierst. Ich wiederhole es nochmal. Menschen interessiert nicht, was du sagst. Du kannst sagen, was du willst. Du kannst die tollste Geschäftsmöglichkeit haben. Was auch immer. Wenn dein Gegenüber nicht spürt, dass du dich für die Person interessierst, dann wird sie dir nicht zuhören. Dann wird es sie nicht interessieren, was du zu sagen hast. Das bedeutet, in jedem Gespräch, in dem ihr seid, ist der Key, immer erstmal eine gewisse Vertrauensbasis zu schaffen und Bindung zu schaffen. Und ich möchte euch auch kurz erklären, warum das so ist. Ich bin euch ganz ehrlich, wie lange gibt es den Menschen schon auf diesem Planeten? Seit was weiß ich wieviel tausend Jahren damals die Neandertaler, die gefühlt gegen Mammuts und Säbelzahntiger gekämpft haben, und so weiter und so fort. Und wenn wir jetzt mal genau in diese Eiszeit zurückgehen, wo es eben diesen prähistorischen Menschen gegeben hat, naja, was war da? Der Alltag war geprägt von Gefahren. Überall haben Gefahren gelauert. Das Wetter, Umwelt, also Naturkatastrophen, dann die ganzen Tiere, die es gegeben hat, die grundsätzlich stärker waren als der Mensch, wie eben ein Mammut oder ein Säbelzahntiger, etc. pp. Das heißt, überall lauerte Gefahr. Das heißt, der Mensch entwickelte sich automatisch zu einem sozialen Tier. Er entwickelte sich automatisch zu einem sozialen Tier, wo jeder untereinander zusammenarbeitete, weil die natürlich genau wussten, wenn sie das nicht tun, dann sind sie dem Säbelzahntiger zum Fraß vorgeschmissen. Wisst ihr, was ich meine? Das bedeutet, man war damals eigentlich schon dazu gezwungen, sich im Teamwork zu arbeiten. Im eigenen Stamm fühlte sich der Mensch wohl. Das nennt man den Circle of Safety. Der Circle of Safety, die natürliche Reaktion darauf war, dass man sich vertraut hat. Man hat sich gegenseitig vertraut, weil man wusste, hey, das ist mein Artgenosse und wir überleben nur zusammen. Wir überleben diese Geschichte nur zusammen. Da war es nicht so wie in der heutigen Welt, dass du halt einfach dein Leben gelebt hast und dies, das, sondern damals musste man zusammenarbeiten, sonst gab es keinen Morgen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das bedeutet, wenn man sich nicht vertraut hat, gab es eine sehr schlechte Überlebenschance. Und ich bin euch ehrlich, eigentlich ist das heute nicht groß anders. Heute gibt es immer noch Gefahren auf dieser Welt. Natürlich gibt es jetzt keine Säbelzahntiger mehr oder so. Das wäre eigentlich cool. Ich hätte so ein Ding gerne mal recht gesehen. Aber auch heute gibt es noch Gefahren. Was sind die heutigen Gefahren? Ups and Downs in der Wirtschaft, neue Technologie, die Konkurrenz, andere Unternehmen, andere Firmen, andere Mitbewerber und so weiter und so fort. Das heißt, das sind alles Dinge, über die wir keine Kontrolle haben. Politik und so weiter und so fort. Wir haben nur Kontrolle über das, was in unserem eigenen Business passiert, weil da sind wir Herr des Hauses. Und darauf kommt es am Ende des Tages an. Das heißt, das Wichtigste, was du tun solltest, ist immer erstmal eine Vertrauensbasis zu schaffen mit deinem Gegenüber. Und genau das tust du, indem du netzwerkst, indem du eigentlich mal gar nicht darauf aus bist, dass diese Person in deinem Business startet, weil wenn du ein geiler Typ bist, dann wird diese Person dein Business sowieso für seriös nehmen und früher oder später auf dich zukommen. Sorry, ich musste gerade aufstoßen. So, wenn ich beispielsweise einen Cedric nehme, egal wo der Typ sich rumtreibt, der knüpft neue Kontakte und niemand zweifelt daran, dass er gut in dem ist, dass er nicht gut in dem sei, in dem, was er tut. Niemand zweifelt daran. Natürlich, okay, das kann vielleicht auch an der teuren Uhr am Arm liegen oder was auch immer, würde jetzt der ein oder andere behaupten. Aber es liegt nicht daran. Es liegt daran, weil einfach grundsätzlich erstmal Gespräche geführt werden, wo man sich gegenüber kennenlernt. Okay, es geht nicht um Reichtum, sondern es geht um deine Reputation. Es geht um deinen Ruf. Mit was willst du in Verbindung gebracht werden? Für was soll man dich in deiner Stadt kennen? Das sind alles so Kleinigkeiten. Das sind Verlässlichkeit. Das sind, dass du dein Wort hältst. Das sind Dinge, dass du, ja, was du halt einfach auf dein Gegenüber eingehst, Hilfe anbietest, ohne was zu erwarten und so weiter und so fort. Ich sage euch, wie es ist. Einer meiner größten Leitsätze ist Under-Promise and Over-Deliver. Under-Promise and Over-Deliver. Ich schreibe das mal ganz kurz in den Chat, weil das ist wichtig. Warte mal kurz. Under-Promise and Over-Deliver. Das heißt, im Umkehrschluss versprich nicht zu viel, aber übertreffe danach die Erwartung. Das heißt, hab keine große Klappe, wo dann nachher nichts dahinter steckt, sondern hab lieber eine etwas zu kleine Klappe und überrasche deinen Gegenüber. Sorge für einen Überraschungsmoment, einen positiven Überraschungsmoment in deinem Gespräch. Leute, das ist mir schon so oft passiert, ich habe es auch schon mit dem einen oder anderen davon gehabt, ich liebe es, mit den Eltern Gespräche zu führen. Jeder hasst das Gefühl, so den Eltern das Business erklären und über Trading reden und dies, das. Leute, ich liebe das. Wisst ihr auch warum? Weil die Leute immer am Ende des Tages positiv überrascht sind. Weil sie nicht damit rechnen, dass ich kompetent bin, dass ich weiß, wovon ich rede, dass ich mich ausdrücken kann. Ja, der junge Kanacke kann sich eloquent ausdrücken. Das sorgt für die größten Überraschungsmomente und deswegen liebe ich das. Das sind Situationen, wo du glänzen kannst. Okay? Und das ist am Ende des Tages ganz, ganz wichtig, wenn du dir da Vertrauen schaffst oder auch in diesen Gesprächen, dass die Leute einfach merken, hey, der weiß, wovon er spricht. Und da gehen wir eigentlich auch schon in das Thema Rhetorik über. Wir sagen im Trading immer Qualität über Quantität, weniger ist mehr. Ich sage dir ehrlich, auch da draußen, weniger ist mehr. Hör mehr zu, als du selbst sprichst. Es gibt einen Grund, wieso du zwei Ohren hast, aber nur einen Mund. Du sollst doppelt so viel zuhören, wie du selber sprichst. Hör deinem Gegenüber zu. Stell Fragen. Finde vielleicht mögliche Probleme raus, die du für ihn lösen kannst und so schaffst du Vertrauen. So schaffst du eine gewisse Basis und so knüpfst du neue Kontakte. Und wisst ihr, was ein kleiner positiver Side-Effekt dabei ist? Wenn ihr dann zum Beispiel mal einen größeren Fisch habt oder irgendeinen anderen Selbstständigen oder irgendjemand, der halt wirklich was auf dem Kasten hat und ihr helft dem, ein Problem zu lösen, egal wie klein es ist, es ist immer gut, etwas bei einem Mann gut zu haben oder bei einer Frau gut zu haben, die an einer höheren Position ist wie ihr selbst. Weil dann wisst ihr, von der Person könnt ihr früher oder später mal Hilfe einfordern. Und das im Regelfall hilft dir dann am Ende des Tages weiter. Das heißt, in der Rhetorik, ich möchte gar nicht wirklich zu sehr in dieses Thema eingehen, weil es ist eigentlich relativ simpel. Führe solche Gespräche. Gehe an Orte, wo solche Gespräche geführt werden können. Business Talks. Werde zu einer Business Person. Okay? Egal, ob es jetzt der Business Mann ist oder die Business Woman. Scheißegal. Aber trage nach außen, dass du das, was du tust, auf einem seriösen Level machen möchtest. Okay? Weil es ist leider Gottes so, the people always judge the book by its cover. Sie judge'n das Buch. Ich kriege es gerade auf Deutsch nicht ganz hin. Wie macht man das? Ich wollte gerade darauf eingehen, Brudi. So, die Leute judge'n das Buch immer anhand des Covers. So, früher, als ich ein kleines Kind war, ich habe ein Buch immer nur dann gekauft, wenn ich das Cover ansprechend fand. Worum es in dem Buch ging, keine Ahnung, aber wenn es cool aus sah, habe ich es haben wollen. So, habe ich zu Mama gesagt, kauf bitte, es sieht cool aus. Habe ich es gelesen? Nein, aber das ist eine andere Geschichte. Aber, was ich einfach damit sagen möchte, die Leute judge'n dich nach dem Äußerlichen, nach dem ersten Eindruck. Deswegen ist der erste Eindruck auch immer der bleibende. Okay? Der Grund, so, der Grund, ich zitiere kurz Harvey, ich weiß nicht, ob ihr die Serie Suits kennt, das fällt mir gerade aber spontan ein, weil ich sie gerade wieder schaue. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie Suits kennt, aber der Hauptcharakter, die zwei Hauptcharaktere, Mike Ross und Harvey Specter, Harvey Specter ist quasi so der krasseste Anwalt in New York, okay? Und Mike Ross beschwert sich, dass Harvey zu ihm sagt, also Mike Ross ist quasi so der Lehrling von Harvey, okay? Und Mike Ross beschwert sich, dass Harvey erst um neun im Büro antanzt, obwohl, obwohl, und Mike immer schon um sieben Uhr dreißig oder um sieben Uhr da sein muss. Aber Harvey sagt zu ihm, du sollst da da sein und irgendwann fragt sich Mike, warum soll ich immer um sieben Uhr da sein, wenn der Typ selber erst um neun Uhr kommt? Und dann daraufhin hat Harvey geantwortet, wo Mike ihn mal drauf angesprochen hat, er hat ihn darauf geantwortet, er hat gesagt, hey, ich sag dir, wie es ist, weißt du, warum ich hier aufkreuzen kann, wann ich will? Weil ich am Anfang, wo ich ganz am Anfang stande, gefühlt 24 Stunden am Tag in diesem Büro gearbeitet habe, die Leute dachten, ich arbeite 100 Stunden am Tag, ich habe alles durchgezogen, ich habe einen geisteskranken ersten Eindruck hinterlassen, weswegen es heute kein Schwanz mehr kümmert, wann ich im Büro auftauche, weil die Leute gar nicht mehr daran zweifeln, dass ich meine Arbeit nicht tue und das ist der erste Eindruck. Okay? Das ist der erste Eindruck. Adrian, um auf deine Frage zurückzukommen, wie macht man das? Stell dir doch einfach vor, wie du dich selbst als wirkliche Businessperson vorstellst. Das muss kein Tom Ford 12.000 Euro Anzug sein, aber wenn es ein Anzug ist, ist es ein Anzug. Fang an, dich in diese Richtung zu kleiden. Wenn es ein Old Money Style ist, vielleicht viele von euch kennen, vielleicht diese Old Money Aesthetics, feiere ich unnormal, dann fang an, dich in diese Richtung zu kleiden. Dann kauf dir halt mal einen schönen Polo-Rollkragen oder sowas. Polo-Rollkragen, das macht keinen Sinn, weil entweder es ist ein Rollkragen oder ein Polo, aber ihr wisst, was ich meine. Dann fang an, dich in diese Richtung zu kleiden. Du musst ja nicht direkt für 500.000, 1.500 Euro shoppen gehen, aber fang an, dich in diese Richtung zu entwickeln. Wenn dein Style sein soll, dass du aussehen willst, wie Luciano, Rapstar mit fetten Goldketten und sowas, dann fang an, dich in diese Richtung zu kleiden. Was ich davon halte, ist ja egal, das geht ja um dich, dass du dich in diesen Klamotten wohl und vor allem seriös fühlst und das Gefühl hast, du kannst so professionell auftreten. Das ist eigentlich, das ist das, das ist das, womit du anfängst. Wie du rhetorisch besser wirst, ist einfach, indem du dir die Frage stellst, welche, wie kann ich denn auf welche Fragen antworten? Wie kann ich schlagfertiger werden? Wie werde ich schlagfertiger? Ich sage euch, wie es ist, ich schaue es juts, aber ich schaue es juts nicht wie jeder andere, sondern ich schreibe mit. Warum Harvey, Mike, die sind geisteskrank schlagfertig? Ich schreibe mir auf, wie sie das machen und versuche es im Alltag anzuwenden. Real Talk. Das ist eine verfickte Netflix-Serie. Jeder sagt immer, wenn ihr bei anderen Teams werdet, würde es heißen, schaut bloß kein Netflix. Ich sage, mir egal, wenn ihr eure To-Dos erledigt, dann könnt ihr auch Netflix gucken. Versteht ihr, was ich meine? Wir hatten es vor kurzem auf dem Team-Call, es geht um die Effizienz und wenn da dann Zeit für Netflix ist und du deinen Scheiß erledigt hast, dann guck's, aber mach es mit Wahrnehmung. Versuche was aus dem zu lernen, was du schaust. Ich schreibe mir diese Schlagfertigkeit auf. Ich schreibe mir auf, wie sie antworten. Ich schreibe mir auf, wie eine Jessica Pearson, das ist die, wo die Person, die Anwaltskanzlei gehört, ich schreibe mir auf, wie eine Jessica Pearson Impulse rausgibt, wie sie Aufgaben delegiert, weil ich genau weiß, dass ich ja auch Beantwortung über eine gewisse Personenanzahl habe. Also schreibe ich mir raus, wie diese Person das macht und überlege, ob ich das irgendwo übertragen kann. Das heißt, ich muss einfach manchmal meine Wahrnehmung erhöhen und einfach bereit sein, selbst bei einer verfickten, sorry für die Wortwahl, bei einer Netflix-Serie mitzuschreiben. As easy as that. Okay? Das heißt, Rhetorik, grundsätzlich, weniger ist immer mehr. Denk dran, zwei Ohren, einen Mund. Hört doppelt so viel zu, als du sprichst. Weil umso mehr du redest, erstens, umso mehr Angriffsfläche bietest du deinem Gegenüber und zweitens, umso mehr du redest, umso weniger wird klar, was du eigentlich genau jetzt aussagen möchtest. Bringe die Sachen kurz und knackig auf den Punkt. Das kommt immer gut bei deinem Gegenüber an. Und wenn du Gesprächsführung lernen willst, schau, dass du vor allem in interessenten Gesprächen, weil wir kommen auch gleich noch zum Thema Prospekten, dass du vor allem in interessenten Gesprächen, das erste, was du tust, ist das Gespräch an dich zu binden. Okay? Du bindest das Gespräch an dich, dass du der bist, der das Gespräch führt. Können wir das kurz üben? Was genau jetzt? Schreib es mal kurz rein, ich mache es so lange kurz weiter. Okay. Das heißt, wir haben weniger ist mehr. Werde eloquenter. Wie wirst du eloquenter? Wie zum Beispiel, dass du halt einfach übst oder dass du mehr liest, vor allem. Bro, jetzt so ein Gespräch zu üben, würde wahrscheinlich ziemlich, ziemlich wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Ich fahre jetzt vor allem auch nicht genau. Bro, entstumm dich mal kurz, Digga. Sag mal kurz, was du sagen willst. Vielleicht können wir kurz darauf eingehen. Ja, Bro, also halt so ein interessenten Gespräch. Du meinst ja gerade sowas, ja, dass man halt weniger spricht und halt das Wichtigste auf den Punkt bringt und ob man sowas halt üben könnte. Ja, okay, dann lass es uns machen. Was wollen wir machen? First Call? Nee, ich würde sagen so offline. Offline? Offline wollte ich sowieso, ich wollte sowieso gleich auf Prospecting-Methoden eingehen. Ich wollte eine Offline-Prospecting-Methode und zwei Online-Prospecting-Methoden. Aber wir gehen auf Offline ein und dann üben wir. Ja, ich mache das so, wie du es schon kennst mit der Umfrage, weil ich denke, dass das den meisten weiterhilfe, das ist eigentlich das Einfachste ist. Ja, okay, oder so. Genau. Okay, Dankeschön. Zieh dir mal was an, Digga. Das ist ja unglaublich. Gerade spreche ich noch über professionelles Auftreten. Naja, lassen wir es gut sein. Wie dem auch sei, lasst uns zum Thema Prospecting kommen, Freunde. Und ich war schon immer ein Fan davon, einfach Offline zu Prospecten. Nicht, dass ich das ausschließlich mache. Ich kann auch gleich ein bisschen auf das Digitale eingehen. Gray lacht schon. Ja, aber Offline-Prospecting, wie würde ich das Ganze angehen? Ich sage euch, wie es ist. Früher habe ich verdammt viel auf Geburtstagen und sowas gemacht. Oder wenn ich einfach irgendwo unterwegs war und dies, das. Weil irgendwo ergeben sich immer Gespräche mit neuen Leuten. Es ist, wenn du einmal so ein bisschen gelernt hast, einfach random mit Leuten ins Gespräch zu kommen, das kann einfach nur sein, hey, die Person hat dir die Tür aufgehalten, hey, vielen Dank, wie kommst du, dass sie so höflich sind und stark bist du im Gespräch. Oder was auch immer, weil keine Ahnung, du gehst an die Bar, was trinken, hey, was trinken sie, da können sie mir was empfehlen. Ach krass, wie sind sie darauf gekommen? Ah, okay, cool, stark, sind sie öfter hier und zack, du bist im Gespräch und dann kannst du genau sowas üben. Das bedeutet, sie ist immer wie ein Spiel, ich sag's euch so oft, für mich das Business ist einfach ein Videospiel, es macht einfach Spaß, das zu spielen, es macht einfach Spaß zu zocken, weißt du, was ich meine? Und dann macht man sowas gerne, weil dann macht man die Dinge aus Leichtigkeit, weil dann der Druck aus dem Kopf entfällt, wenn du die Dinge einfach immer spielerisch siehst, okay? Aber um vielleicht eine klare Offline-Prospecting-Methode kurz offen zu legen, wie ich das Ganze angehen würde, ihr sucht euch einen Platz, wo relativ viele Menschen sind, zum Beispiel Königstraße in Stuttgart oder die Hauptstraße in eurer Stadt oder eine Einkaufsstraße oder ein Einkaufszentrum und was auch immer und ihr tarnt euch einfach als Leute, die eine Straßenumfrage machen wollen, okay? Ihr wollt eine Straßenumfrage machen, was heißt, was macht ihr jetzt? Erstmal hacken wir deshalb, was wir gerade eben gesagt haben, cleanes Auftreten, okay? Cleanes Auftreten, du siehst fresh aus und dann machen wir eine Straßenumfrage. So, was machen wir jetzt? Jetzt quatschen wir irgendeine x-beliebige Person an und sagen, hey, Entschuldigung, wir machen eine Straßenumfrage, dürfte ich sie mal kurz was fragen oder dürfte ich dich mal kurz was fragen, je nachdem, wie alt die Person ist? Dann sagt die Person im Optimalfall ja und wenn die Person ja sagt, dann sagst du, okay, alles klar, kurz und knackig, stell dir mal vor, oder du fragst die Frage folgendermaßen, damit man sie gut mitschreiben kann, wie würde ein Leben für dich aussehen, wenn Zeit und Geld überhaupt keine Rolle spielt? Das ist die Frage deiner Straßenumfrage, okay? Wenn die Person wissen will, warum, du sagst einfach, das ist einfach für dich eine interessante Frage gewesen, weil du dich selber gerade damit auseinandersetzt und du wolltest einfach mal wissen, wie die Menschen so träumen, was auch immer. Das heißt, du fragst die Leute, wie würde dein Leben aussehen, wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen würde? Dann sagt die Person zum Beispiel, ja, ich würde in Reichtum leben, ich würde viel reisen, ich würde meinen Eltern was zurückgeben, ich würde mir ein schönes Auto kaufen, ich würde mir eine Rolex kaufen, ich würde mir ein Haus kaufen, ich würde spenden, keine Ahnung, was auch immer diese Person sagt, ist ja scheißegal, okay? Die Person wird auf jeden Fall irgendeine Antwort darauf geben, was sie dann mit ihrem Leben anfangen würde. Dann antwortest du darauf, okay, und jetzt mal ganz ehrlich, wirklich unter uns, was fehlt dir denn aktuell, dass du dir so ein Leben ermöglichen kannst? Ich schreibe die Frage in den Chat, dass es jeder hat, das ist super, super simpel. Jetzt mal ganz ehrlich, unter uns, was fehlt dir denn gerade, dass du so ein Leben leben kannst? Das fragt dir diese Person dann. Und die Person antwortet, ja, ich bin im Studium gerade, oder ich habe nur einen einfachen Job, ich wüsste nicht wie. Die meisten würden sagen, sie wissen nicht wie. Dann sagst du, das heißt, dir fehlen Informationen, richtig? Die Person sagt, ja, dann sagst du, nochmal, ganz ehrlich, wenn ich dir, der Satz ist sehr wichtig, dass du ihn richtig betonst. Du fragst dann, jetzt mal ganz ehrlich unter uns, was wäre, wenn ich dir eine Möglichkeit zeigen könnte, wo es zumindest im Raum steht, wo es zumindest möglich wäre, dass du dieses Leben erreichen könntest, würdest du es dir zumindest anhören? Würdest du es dir zumindest anhören? Und dann Stille. Wer jetzt was sagt, verliert. Die Person soll reden. Die Person sagt, wahrscheinlich anhören, zumindest mal anhören würde ich schon. Sie hätte nichts zu verlieren. Einfach nur anhören, zumindest mal anhören. Die Person sagt, höchstwahrscheinlich ja. Und dann sagst du, super, guck mal, ich bin dir ehrlich, du weißt, ich werde gleich, ich muss gleich noch 50 andere Menschen fragen, weil ich auf 100 insgesamt kommen will, aber ich würde dir gerne anbieten, dass wir einfach unsere Nummern austauschen und dann können wir uns darüber mal unterhalten, weil ich befasse mich gerade mit etwas, was mir diese Türe geöffnet hat. Und ich würde dir gerne diese Tür auch öffnen. Dann ziehst du die Nummer und dann sagst du, du musst weiter. Fertig. Und dann kannst du dir überlegen, wie du die Person anschreibst, was auch immer. Zum Beispiel jetzt für die Tour. Wir sind ja gerade auf Tour, überall sind ja gerade große Präsentationen und dann würde ich einfach sagen, wie gesagt, gleicher Ablauf. Sie fragt, du fragst, würdest du es dir zumindest anhören? Die Person sagt, ja, dann sagst du, super. Das trifft sich nämlich relativ gut, weil wir haben nämlich am Samstag hier in der Stadt etwas oder einen Seminarraum gemietet, wo genau so eine Möglichkeit vorgestellt wird. Ich bin dir ehrlich, die Nachfrage ist groß, ich kann nicht jeden da hinlassen. Ich werde auch jetzt nicht die nächsten 50 Leute, die ich hier treffe, allen anbieten, dort hinzukommen, aber ich würde es dir gerne anbieten. Lass uns einfach mal Nummern austauschen, dann lasse ich dir die Daten zukommen. Wäre das in Ordnung für dich? Die Person sagt ja und wenn sie nicht ja sagt, dann gehst du halt zur nächsten Person. Weil das Ding ist, du musst ja da nicht mal drauf achten, ob du jetzt guckst, ob die Person sieht, dass du die nächste Person ansprichst oder nicht, weil sonst kommt es ja so ein bisschen komisch, ja, der spricht ja jeden an, aber behauptet, der würde nur mich ansprechen. Nein, warum? Ganz einfach, weil du es sowieso schon als Straßenumfrage getarnt hast. Du machst eine Straßenumfrage, du willst eine Statistik aufstellen, du willst wissen, wie die Menschen träumen, weil du hast vor kurzem ein Buch gelesen über das innere Kind und jeder verliert das innere Kind im Laufe seines Lebens und deswegen wolltest du mal wissen, wie sehr die Wahrheit da dahinter steckt. Zum Beispiel. Ist ja egal, du musst dich ja nicht rechtfertigen. Du willst einfach diese Umfrage machen und dann gehst du auf die Person zu. Ich tue es noch mal ganz kurz zusammenfassen. Du sagst, hey, Entschuldigung, ich mache eine Straßenumfrage, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Dann sagt die Person, ja, dann sagst du, hey, wie stellst du dir dein Leben vor, wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen würde? Dann sagt die Person, dies und das und jenes und dralala und bla 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 und dann sagst du, okay, finde ich erstmal richtig stark, loben, okay, Menschen lieben Aufmerksamkeit oder Menschen lieben das Gefühl von Wichtigkeit. Sollen wir du oder sie sagen, ja Bruder, wenn du da jetzt einen 18-Jährigen vor dir hast, würde ich ihn nicht siezen. Wenn du aber mit einem 45-Jährigen sprichst, dann würde ich mir schon überlegen, ihn zu siezen. Würde ich von der Situation abhängig machen, aber grundsätzlich du es einfach. Ich meine, du sprichst ja auch nur die Leute an, die du in deinem Team haben willst. Weißt du, was ich meine? Weil du bist ja der Creator deines Teams. Deswegen hast du ja auch die freie Entscheidungsfreiheit, sag ich mal. Genau, zurück zum Thema. Genau, dann sagst du, jetzt mal ganz ehrlich unter uns, was fehlt dir denn gerade, dass du dir diesen Lebensstil ermöglichen kannst? Und dann sagt er, ja, ich arbeite ganz normal, ich habe Familie zu Hause, ich habe das Geld nicht dazu, ich habe dies, ich habe das, er nennt dir irgendeinen Grund. Und dann sagst du daraufhin, okay, ja klar, verstehe ich, Verständnis zeigen, okay, Verständnis zeigen, immer wichtig, auf Gemeinsamkeiten suchen und so weiter. Du kannst dann auch sagen, okay, verständlich war bei mir damals genauso oder war bei mir genauso. Okay, also natürlich, du sollst jetzt nicht lügen, wenn es halt wirklich genauso war, kannst du das sagen. Dann sagst du, hey, war bei mir genauso, kann ich vollkommen verstehen, aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich dir was zeigen würde, wo zumindest die Möglichkeit besteht, dass du an dieses Leben rankommen könntest, würdest du es dir zumindest anhören? Und dann sagt die Person, ja oder nein? Wenn nein, sagst du, okay, schade, weil ich habe für mich etwas gefunden, wo ich der festen Überzeugung bin, dass das mir diese Tür geöffnet hat und ich hätte es gerne mit dir geteilt. Aber ist deine Entscheidung vollkommen in Ordnung? Ich habe eh noch 100 Leute vor mir oder wie auch immer. Nein, Spaß, aber ihr versteht, was ich meine? So könnt ihr das Ganze aufziehen. Das Einzige, was es braucht, ist, dass du die Eier hast, das zu machen oder die Eierstöcke, je nachdem. Okay, das bedeutet und ich sage euch, wie es ist, der erste ist schwierig, aber der erste Schritt ist immer der schwierigste. Egal bei was. Aber das Wasser wird auch nicht wärmer, wenn du später springst. Das heißt, sprich die erste Person an. Du musst es ja auch nicht mal allein machen. Du kannst ja jemanden mitnehmen, der zum Beispiel den Kameramann spielt oder der das Mikrofon hinhält oder der einen Notizblock hat, um einfach mitzuschreiben, weil ihr macht ja eine Straßenumfrage und du willst ja die Statistik aufstellen, deswegen schreibt der andere mit zum Beispiel. Und wenn er mitschreibt, dann habt ihr schon direkt die Ziele der Person, weil ihr wisst ja, wo diese Person hin will. Und dann könnt ihr darauf nach der Präsentation eingehen, wenn ihr das wirklich dann zum Beispiel wirklich notiert. Das ist professionelles Arbeiten. Genauso würde ein Dirk Reuter das machen, wer auf dem Call mit Dirk Abi war. Versteht ihr, was ich meine? Okay. Das heißt, das Offline-Prospecting-Methode. Gibt es dazu eine Frage? Okay, scheinbar nicht. Digga, was schickt ihr da für Scheiße in den Chat? Okay, lass uns weiter machen. Okay, online. Freunde, ich sag euch, wie es ist. bitte tut mir den Gefallen, wenn ihr nicht euer komplettes Selbstbewusstsein verlieren wollt, dann tut nicht die Leute anschreiben mit, hey, ich hab eine Frage oder hey, willst du online Geld verdienen? Weil so eine DM bekommen die Leute am Tag 25.000 Mal. Und dann stellt sich die Frage, warum sollten sie dann genau bei dir eine Antwort darauf, bei dir antworten und sagen, ja, genau bei dir. Ich hab diese Nachricht zwar schon 23.735,25 Mal bekommen, aber bei dir sag ich ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist sehr gering. Das bedeutet, wir hatten's, Effizienz. Versuche, einen effizienten Weg zu finden. Versuche dabei aber auch das zu tun, was dir selber Spaß macht. Beispiel Finn. Finn hat Anfang des Jahres angefangen, Reels zu posten auf Insta. Das erste hat jetzt mittlerweile, oder eins davon hat mittlerweile jetzt schon eine halbe Million Aufrufe. Das heißt, er hat mal kurz eine riesige Audience erstellt von Menschen, die sowieso Mindset-Sprüche schon feiern, wo er jetzt theoretisch einfach nur ein paar Storys machen muss, weil er hat ja jetzt schon die Reichweite quasi, wo er jetzt zum Beispiel ein paar Storys machen kann, die so ein bisschen pitchen. Jetzt nicht so auf voll aggressiv, aber so ein bisschen anteasern zum Beispiel. Wäre eine Möglichkeit. Das nächste ist, ich sag euch, wie es ist, Freunde, Prospekten ist einfach nur Kreativität. Es ist einfach nur Kreativität. Ein Simon Kallenberger, wir hatten es davon, der macht folgendes, der nimmt Facebook, der sucht sich Gruppen. Auf Facebook gibt es immer so Gruppen, zum Beispiel Mutti-Gruppen oder Väter-Gruppen oder Fußball-Gruppen von irgendwelchen Sportvereinen oder Homeoffice-Gruppen. Ihr könnt zum Beispiel in Homeoffice-Gruppen gehen. Das ist auch vor kurzem vorgestellt worden von einer Teampartnerin von Simon. Du gehst in Homeoffice-Gruppen, weil da sind ja eh schon nur Leute drin, die von zu Hause aus arbeiten wollen. Und dann schreibst du die einfach an, schreibst, hey, ich hab dich in der Gruppe gefunden, suchst du gerade noch nach einem Homeoffice-Job? Äh, nee, hast du schon was gefunden oder suchst du noch? Dann schreibt die Person, ja, ich suche noch. Und dann sagst du, ja, hey, cool, ich bin da vor kurzem auf was gestoßen, wenn du willst, hörst du dir doch gerne mal an. Oh ja, das hört sich interessant an. Oder, oh nee, lass mich in Ruhe, was auch immer. Wenn ein Ja kommt, sagst du, okay, über Facebook zu schreiben ist ein bisschen kompliziert. Lass uns doch einfach die Nummer austauschen, dann können wir ins Detail gehen. Dann schickt die Person dir ihre Nummer und zack, boom, hast du einen Prospekt, mit dem du eine Präsentation machen kannst. Was Simon macht ist, er geht in Vätergruppen, weil er ja selber Vater ist, schreibt rein, hey, kennt ihr das, wenn euer Kind das und das und das macht und habt ihr mir eine Lösung dazu. Das heißt, er stellt einfach eine Frage da rein, wo dann viele drauf reagieren werden. Und dann kommt er mit den Daddys ins Gespräch, no homo, wisst ihr, was ich meine? Dann kommt er mit den Vätern ins Gespräch und dann kannst du zum Beispiel fragen, hey, liest du deiner Tochter auch abends eine Gute-Nacht-Geschichte vor? Und dann sagt der andere, der Dad, der andere Dad sagt dann vielleicht, nein, das geht nicht wegen der Arbeit, aber ich würde gerne. Und dann kann Simon darauf antworten, ja, man kann ich voll verstehen, war bei mir früher auch so und deshalb habe ich was geändert und wollte von zu Hause aus arbeiten, dass ich meinem Kind beim Aufwachsen zusehen kann. Einen emotionaleren Punkt kannst du nicht treffen, weil natürlich will jeder Vater sein eigenes Kind beim Aufwachsen sehen und zack, hast du Interessenten für dein Business. Das heißt, du musst kreativ werden. Zum Beispiel, Hopf und Hoss Podcast. Digga, diese Jungs sind doch Trader. Schau mal denen ihre normalen Videos an, die analysieren den Bitcoin-Chart. Die analysieren andere Charts. Das heißt, die haben doch mehr oder weniger genau die Audience, die wir suchen. Das sind doch, da rennen doch genau die Leute rum, die wir haben wollen, die sich für Trading begeistern, für E-Commerce begeistern und so weiter und so fort. Schau, dass du dazu Gruppen findest. Telegram-Gruppen, Trading-Gruppen auf Telegram. Das Einzige, was du tun musst, ist einfach nur Value-Spreaden. Du musst einfach nur, du musst die Leute nicht mal anschreiben, du musst einfach nur in die Gruppe packen, hey, was weiß ich, da kommen Fragen rein, weil die Gruppen sind ja genau für diesen Austausch da. Die sind ja genau für diesen Austausch da. Und jetzt, wenn du dann in diese Gruppe reinkommst und Mehrwert teilst, die Leute merken, oh, der hat im Trading was drauf. Das Gleiche gilt mit E-Commerce-Gruppen, mit Krypto-Gruppen, mit Mindset-Gruppen, was auch immer. Die merken, du hast was drauf, was wird logischerweise passieren, weil diese Gruppe ist ja für den Austausch da. Diese Leute werden sich bei dir melden. Die werden sagen, hey, du hast, ich finde es voll stark, was du in die Gruppe teilst oder was auch immer. Bla, 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 bla. Dann kannst du sagen, ja, hey, danke, erst mal für das Kompliment, weiß ich sehr zu schätzen. Ich habe das Ganze über eine Ausbildungsplattform gelernt. Keine Sorge, die kostet keine mehrere, das ist kein Coaching für mehrere tausend Euro, sondern voll in Ordnung. Wenn du willst, kann ich dir das mal zeigen. Vielleicht hilft es dir. Einfach nur so, vielleicht hilft es dir. Nicht so ein Starte, sondern ein vielleicht hilft es dir. Hörst du doch einfach mal an. Auf ganz locker, lässig, einfach das Gespräch fließen lassen, Freunde. Wenn du Druck hinzufügst, wenn ich jetzt Wasser, ich mache es nicht, weil ich bin zu Hause, wäre ich bei euch, wäre es mir egal, nein Spaß, aber ich will jetzt kein Wasser auf meine Hand schütten, aber wenn ich Wasser in meiner Hand hätte und ich würde zupressen, das Wasser würde überall aus hin entweichen, es würde nicht bei mir bleiben wollen. Wenn ich das Wasser bei meiner Hand lasse, dann kann es selber entscheiden, in welche Richtung es gehen möchte. Es kann fließen und wir wollen, dass es fließt. Wir wollen nicht, dass es von uns abhaut, wir wollen, dass es fließt, dass es fließt, okay? Deswegen das, ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, was sowas angeht, werdet kreativ, weil ich bin euch ehrlich, wenn ihr 100 Leute auf Insta mit hey, willst du reich werden anschreibt, dann kriegst du 99 Mal einen verpiss dich oder halt das Maul zurück und ich weiß nicht, wie lange das dein Selbstvertrauen mitmacht oder wie lange du Bock drauf hast, jeden Tag einfach nur Neins zu kassieren. Klar gehören Neins dazu, so, Nein heißt meistens auch einfach nur noch eine Information notwendig. So, wir haben es von Dirk Reuter gelernt, man startet meistens zwischen der fünften und dem zwölften Verkaufsimpuls oder nach dem fünften oder zwölften, ich weiß gerade nicht mehr genau, wie er es genannt hat, aber genau, Nachfassimpuls hat er, glaube ich, gesagt oder irgendwie sowas. Das heißt, that's the point, werdet kreativ, Freunde, lasst euch was einfallen, ihr müsst aus der Masse rausstechen. Observe the mass and do the opposite. Schau, was die Masse macht und mach das Gegenteil. Schau dir an, was jeder Networker tut. Er schreibt Leute an, er macht Face Stories, wo er sagt, hey, ich hab noch drei Plätze frei, ich würde dich gerne an die Hand nehmen. Das macht jeder. Stich raus, werde besonders, werde kreativ und dann verspreche ich dir, dass du Prospects ziehen wirst, dass du neue Interessenten für dein Business hast. Weil leider ist es das so. Neue Interessenten sind wie den Tank zu füllen. Wenn du keine neuen Interessenten hast, wenn du nie zur Tankstelle gehst, irgendwann bleibt dein Auto stehen, irgendwann bleibt dein Business stehen und du kannst kein Wachstum mehr verzeichnen. Ich weiß, es ist jetzt sehr trocken, so auf den direkten, hey, verkaufen und sowas, aber am Ende des Tages wächst so dein Business. Und du weißt nie, welche Menschen da am Ende des Tages berumkommen. Ich erinnere an den allerersten Satz, wie ich diesen Call begonnen habe, Menschen interessiert nicht, was du sagst, bis sie merken, dass du dich für sie interessierst. Das heißt, Leute, klar sind das Prospecting-Methoden, klar wollen wir dadurch sorgen, dass das Team wächst. Ist ja klar, jedes Unternehmen will, dass der Umsatz wächst, dass das Team wächst und so weiter und so fort. Das ist doch vollkommen normal. So, aber mit dem Unterschied, wir wissen nie, was am Ende des Tages berumkommt. Wenn ich jetzt überlege, komm, ich gucke mal kurz, wer alles auf diesem Call sitzt. So, wenn ich jetzt mir diese Leute hier auf diesem Call angucke, keinen einzigen kannte ich vor dem Business. Keine einzige Person kannte ich vor dem Business. Das heißt, hätte man nicht genau solche Prospecting-Methoden ausprobiert, hätte man nicht dafür gesorgt, dass ihr alle gerade hier auf dem Call sitzt, dass ihr teilweise schon fundet seid, dass ihr schon Kohle macht, dass ihr teilweise schon hauptberuflich seid, dass ihr von Hannover nach Stuttgart ziehen konntet und so weiter und so fort. Das heißt, das sind alles Dinge, die nur möglich gewesen sind, weil wir die Verantwortung in die Hand genommen haben. Weil wir bereit waren zu sagen, hey, wir verändern Menschenleben. Das hört sich klischee-mäßig an, aber es ist hackt. Es ist einfach so. Okay? Das heißt, war es eigentlich so viel dazu, das eigentlich zum heutigen Call. Damit möchte ich eigentlich das Ganze so ein bisschen beenden. Werdet kreativ. Nehmt euch einfach mal ein Whiteboard, schreibt Prospecting in die Mitte und überlegt einfach, was euch einfällt. Stellt kluge Fragen. Je klüger deine Fragen, desto höher, oder ich weiß nicht mehr genau, wie dieser Satz ging, aber die Qualität, genau, die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Stell dir gute Fragen. Frag dich, hey, wo finde ich Menschen, die so denken wie ich? Wo finde ich Menschen, die in mein Team passen? Welche Art von Teampartner möchte ich überhaupt haben? Wo finde ich diese Art von Menschen? Und dann überleg dir, wie du das Ganze angehen kannst. Jetzt hast du mal ein paar Tipps gegeben, bekomm jetzt, das ist das Wichtigste umzusetzen. Das eigentlich zum heutigen Call, Netzwerken, Prospekten und ein bisschen was Rhetorisches. Danke für eure Aufmerksamkeit, Ladies and Gentlemen. Und ich würde sagen, das war's von heute. Peace out und hot rein. Ciao, ciao. Ciao. Vielen Dank.